Hallo und Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Watch Dogs 2. Wir sind bei der Hauptmission und da düsen wir jetzt hin. Wir haben schon ein Auto besorgt. Die exportationen Lampen aus dem Herzlich Willkommen. Musik Die Fluss werden in Hecht bekommen. Schnapp in Hecht. Musik Musik Was muss man denn tun, was muss man denn tun, was muss man denn tun. Demonstrationen oder? Nein, zur Seite. Gut so, ich habe ihn. Oh ja. Den holen wir uns dann doch, ja. Tja. Das war der Preis für den Idioten des Tages. Wille Kohl. Die kürzlich bekannt geworden. Okay, was müssen wir denn machen? Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! Ist das Ablenkung genug? Ja. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja, bin doch schon im Sonntagsanzug. Schön. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche jeden Dreck, den du findest. Um neue Follower zu kriegen, müssen wir für einen echten Skandal sorgen. Warum denken wir uns nicht was aus? Wenn das aufliegt, wird alles, was der Zeg je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Keine Sorge, wenn es Schmutzwäsche gibt, finde ich den Wäschekorn. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich gebe mir Mühe. Ich brauche mal einen anderen Weg, ne? Ich brauche mal einen anderen Weg, ne? Ah, wo, wo? Jetzt so hier eine Öffnung. Für einen Jumper. Ich sehe es schon. So, da werden wir gleich mal eine Sicherung machen. So, Jumper. Okay. Okay. Ah, das ist jetzt schon mal. Oh, das hat mir fast gesehen. Holy shit. Warte mal, den könntet man ja ausschalten da. Komm her. Hast du das gehört? Und tschüss. Oh, da ist noch wer. Da drüben ist doch was. Ich bin schon weg. Ah, nein. Und da? Das war schlecht. Jetzt sind gleich noch einer, ohne dass ich ihn erledige. Ei, ei, ei. Fehler, Fehler, Fehler war das. Fehler, Fehler. So. Scheiße. Jetzt ist natürlich her oder eben... Aufrufe. Whoo. So. Ich musste die Kamera, doch. Ja, ich muss mir mal ein Bild machen da. Ja, super. Habe ich gerade gemerkt, dass der auf mein Dings-Eihon, auf meine auf mein Jumper-Shit. Was ist das da so? Jetzt ist es offen durch ein Schliesschen, oder? Ich hätte es anders angefangen. Oh, ja, 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 ja. Ich werde das jetzt weg. Deutbergen? Ja, das ist echt schön. Ich bin das Passe. Ich bin das? Ich bin es twisted. Ich bin es abhängig. Ich bin es abhängig. Oh ja... Oh ja. Oh ja, weisig! Oh ja, ich bin keinem. Doe ich gerade wieder Faktor? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So, jetzt kommen wir. Ja, beginn die Suche. 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 Ja. Ja, Mission geschafft. Ja. 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 Oh, oh, das ist die Polizei. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh oh, oh, oh. Esser pe ils a la la et nous avons une tour. Oh a all Soci急 d'entrer à la fête. C'est vraiment un combatat pour le fun. Oh, qu'est-ce qu'on va Pierre? Das war's für heute. Aber der Kunst und eine Menge Worte. Wir haben die Verlust. Das war's für heute. Das war's für heute. Meinst du mich? Gern in die Schnauze gehauen. Wo du mit mir so rätst. Holen wir euch ein bisschen Geld. Ja, ich habe es gerade gemerkt, dass ein Geld weg ist. So. Wo ist er? Da zählen wir euch. Ich habe hier ein paar New Dawn Klamotten für dich. Sieht glaubwürdiger aus, oder? Cool, danke, Mann. Kein Problem, mach sie fertig. Okay. So. Ja? Hi, ich bin Jason Lowell. Hm. Ich bin hier für Ihren Ort. Okay, Jason Lowell. Sie sollen der Beste sein. Kommen Sie. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Bitte. Okay, fangen wir an, hm? Meine Quellen sagen mir, dass Sie Zweifel an unserer Kirche haben. Ich möchte, dass Sie mir davon erzählen. Zweifel, ja. Zweifel ist ein starkes Wort. Früher war ich inspirierter, als ich heute bin. Jimmy, Jimmy, kommen Sie. Seien Sie offen mit uns. Sie haben recht. Okay. Okay. Okay, es gibt Gerüchte. Über diesen Ort, an den Sie Kirchenmitglieder mit Problemen schicken. Und es dauert lange, bis Sie wiederkommen, wenn Sie überhaupt wiederkommen. Ich habe diese Gerüchte gehört. Und wissen Sie was? Es sind nur Gerüchte. Und, äh, kriege ich... Kein Lager? Für die Wahrheit? Nein. Danke. Sie werden es nicht bereuen, ich verspreche es. Aber, nur noch eins. Ich muss diesem Gerücht auf den Grund gehen. Also, wissen Sie, wo dieses angebliche Lager sein soll? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Und hat es einen Namen? Äh, der... Der Rote Raum. Sie nennen es den Roten Raum. Der Rote Raum. Holy Shit. Eine Sache noch, Mann. Ihre letzten fünf Filme waren echt beschissen. Also, geben Sie sich Mühe. Okay, immer den Kopf hoch. Ja. Doppelfuck von der Seite. Haha. Schnell umzogen. Gut. Und was jetzt? Markus, hast du dir unsere Followerzahl angesehen? Hey, wir sagen auf den Aufruhr. Wir müssen den Leuten klar machen, was Bloom wirklich ist, Markus. Je länger es dauert, desto abhängiger werden sie von CTOS sein. Sie werden sich daran gewöhnen. Und dann landet DedSec im Bereich der Verschwörungstheorien. Dann zählt es nicht, ob wir die Wahrheit sagen. Die Leute wollen es nicht mehr glauben. Ja, aber das ist nur der Anfang. Wenn wir ihnen den Scheißzeigen hinter Blumens Türen köchelt, werden sie uns scharrenweise zulaufen. Okay, ich habe eine Spur, wie wir New Dawn drankriegen, aber mir fehlt noch eine Info. Jimmy Sisker hat Angst vor einem gewissen roten Raum. Jimmy Sisker in der Rote Raum. Der Rote Raum scheint eine Art Reha-Zentrum zu sein, wo die Kirche problematische Mitglieder hinschickt. Manche, die da hingehen, bleiben für immer weg. Wenn die Leute kidnappen, wäre das ein riesen Ding für uns. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Soll ich mich umhören? Nein, ich mach das. Verdammt. Hier ist Miranda. Hi, ich bin's, Marcus. Marcus? How the way? Woher hast du meine Nummer? Klar, ist schon klar. Ich brauche Hilfe. Es geht um New Dawn. Hast du je vom Roten Raum gehört? Miranda? Ich schieße die Adresse. Treffe mich dort. Ich brauche nur Infos. Gut. Wo ist meine Nummer? Oh, das hier. Ah, die L... Ops, Ops, Ops. Was ist da los mit den Donnern setzen? Was ist denn da? Was ist da los mit den Donnern setzen? 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 So, dann gehen wir hier zu ja. Oder ist das Ganze oder was? Ich glaube schon. Das ist sicher. Was hast du für ein Problem? Wir machen der Kirche ein Problem. Wer wir? Deadside. Ich wusste es. Ich habe Freunde, die würden Deadside am liebsten hinter Gitter nehmen. Ich mag einen fairen Kampf. Hey, genauso wie du. Entschuldigung? Ich habe gesehen, wie du dich damals mit New Dawn angelegt hast. Aber hey, schon kapiert. Du bist jetzt eine Stadt. Nein. Mit dir? Ich habe mich verkauft. Nur mal brauchst du mir nicht zu kommen. Diese Arschlöcher zerstören Leben als wäre es ihr Hobby. Die haben Videos von meinen Lieblings. Aber hör zu. Das ist mir scheißegal. Ich habe nichts zu verwehren. Aber du hast recht. Ich bin tatsächlich Stadtreiter. Ich kann nichts tun. Deshalb wolltest du mich hier treffen. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst auch immer meine. Und ich beende, was ich anfange. Zuerst einmal. Verwechsle bloß nicht New Dawn mit einer Kirche. Das ist eine kriminelle Organisation. Ich habe mir mal die Akten ihrer Immobilien in der Bay Area angeschaut. Und eine passt da einfach nicht rein. Genau da. Sie bezeichnen es als Bildungszentrum. Verschlossene Türen. Keine Antwort. Sicherheit kommt und geht. Klingt das für dich nach einem Bildungszentrum? Nein. Klingt eher wie ein Umerziehungszentrum. Ich bin in der Nähe. Schau mal, was der rausfällt. Danke Miranda. Ich habe immer gedacht, dass ich die Türen muss. Markus, hast du Miranda getroffen? Habe ich. Wir glauben, wir haben den Ort. Aber wir wissen nicht, was dieser Laden ist. Aber ganz offensichtlich vertuschen wir etwas. Also suche ich mir mal einen Computer und schnüffle herum. So. Irgendwo muss ich mich verstecken. Okay, aber wie sehe ich, ist die Zeit abgelaufen. Die Folge ist vorbei. Wie es hier weiter geht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dad.